hallo liebe motorsportmagazin.com freunde und formel 1 fans flo und meine wenigkeit wir haben heute was ganz besonderes mit euch vor ein streitthema par excellence egal in welchem sport man schaut fußball ist es ganz schlimm der formel 1 würde ich sagen ähnlich wir bewerten alle 20 fahrer im feld ja und das machen nicht nur wir sondern das hat eigentlich schon die gemacht nämlich mit den bewertungen dann im neuen formel 1 geben und wir vergleichen das ein bisschen ob sich das mit unserer meinung entdeckt oder ob wir da gänzlich anderer auffassung sind ist natürlich immer ein wunderbares diskussionsthema deswegen dürft ihr auch gerne eure meinung runter in die kommentare schreiben wichtig dabei immer schön respektvoll sein man kann unterschiedlicher meinung sein alles ganz normal werden wir wahrscheinlich auch in dem video mal untereinander oder mit ea oder mit wem auch immer aber immer nett dabei bleiben wir sind auf die thematik gekommen weil du dir das ganze auch schon im printmagazin angeschaut hast wir bewerten es jetzt ein bisschen anders wir wollen nicht alles vorweg nehmen was im printmagazin drin steht und dann beginnen wir einfach beim weltmeister oder ja natürlich mit wem kann man besser anfangen als mit max verstappen der ich würde mal behaupten da sind wir uns einig im moment einer der besten fahrer auf dem grid ist wenn ich sogar der beste jetzt ich fange mal mit den wertungen an laut dem neuen formel 1 geben ist er das sogar da ist er der beste mit 94 erfahrung 84 ist sein schwach ist eine schwachstelle unter anführungszeichen rennkunst 97 ist jetzt so ein abstrakter begriff da werden wir nachher noch mal darauf zurückkommen aufmerksamkeit 85 tempo 95 ja ist das das was wir auch so empfinden ich meine tempo und rennkunst würden wir mal so hoch einschätzen nehme ich mal an ich meine es ist natürlich jetzt beim ersten problematisch weil du noch keine referenz wert erst weil was ist die referenz 100 ist halt maximum ist das beste ganz ehrlich ich bin der meinung dass der formel 1 weltmeister ist ja irgendwie so der maßstab okay ich akzeptiere das denn ich in jeder einzelnen disziplin irgendwie dann vorne sein muss erfahrung zum beispiel braucht man nicht darüber diskutieren dass ein fernando alonso mehr hat aber irgendwie ist für mich dann der beste fahrer der welt ist für mich im maßstab und ist dadurch für mich irgendwie auch irgendwie 100 oder ja das finde ich ein bisschen schwierig denn okay im moment kann man sagen max wassappen ist vermutlich der beste fahrer der welt aber nur weil er weltmeister ist heißt das ja nicht immer dass er auch mit abstand der beste fahrer ist schauen wir mal in der vergangenheit ein paar saisons an wo doch einige fahrer weltmeister werden konnte ja im besten auto saßen akzeptiert ein anderer vielleicht doch schneller war akzeptiere ich aber ich glaube wir sind uns vor allem durch den teamkollegen inzwischen bei max wassappen einig dass es nicht nur das auto ist ja weshalb er da so schnell ist und max wassappen ist aus der diskussion und die konstanz die er an den tag legt und die überlegenheit das alles zusammen finde ich macht ihn einfach ich will nicht sagen unantastbar das ist ein bisschen zu viel aber schon dass ich sage ja ich verstehe dass er bei erfahrung nicht ganz vorne dabei ist aber bei speed da fällt es mir schwer irgendwie zu sagen okay wieso ist er dann nicht 100 irgendwie also oder race oder vor allem racecraft weil ganz ehrlich im qualifying speed kann man vielleicht darüber diskutieren ab und zu auf stadtkursen hatte er da mal probleme vielleicht gegen selbst choperis wenn ihm das auto nicht hundertprozentig gelegen hat aber im renntrim er hat auf die reifen aufgepasst oder er passt auf die reifen immer auf wie kein anderer also das hat er inzwischen auch brutal drauf im zweikampf überholmanöver und so weiter gleich brauchen bei max wassappen nicht darüber reden bei bedingungen unterschiedliche bedingungen regen was auch immer er passt sich an also ich könnte mir aktuell so vom rennfahrer her irgendwie nichts besseres vorstellen und deswegen würde ich ihm ich persönlich nur die 100 geben er ist da für mich die referenz ja ich muss sagen 100 ist mir immer ein bisschen zu hoch gegriffen eigentlich denn ich sage mal 100 heißt ja im prinzip dass es nie was besseres geben kann als das und ich meine da ein paar punkte kann man sich da schon noch nach oben hin platz lassen ich muss sagen ich störe mich mehr an der 35 85 für aufmerksamkeit was ihm irgendwie unterstellt dass er noch viele fehler machen würde was er im moment ja nicht mehr wirklich macht also da geht es um so kleinigkeiten wie speed limit mal zu spät oder mal über eine weiße linie fahren aber solche sachen bei fast da sieht man eigentlich sehr selten okay letztens in kanada das mal einmal über den körper gefahren ist aber das ging alles ohne irgendeinen einschlag aus also kein problem und auch okay erfahrung ist natürlich klar dass er da nicht ganz oben sein kann also ich verstehe aufmerksamkeit auch nicht ganz ich glaube das ist einfach nur noch zu reingedrückt da halt damit man das rating ein bisschen balanciert halten kann und ihn nicht zu überlagend bewerten muss ist zumindest meine vermutung ich finde auch fast daten man kann ihm gar nichts vorhalt im moment ich habe es letztens in bei den noten mal reingeschrieben perfektion kann manchmal sehr langweilig sein und das ist es genau was fast hat mit momenten kriegt er sitzt im besten auto und holt es perfekt raus das was er rausholen kann und ich weiß dass max fast da eine große fangemeinde hat aber auf der anderen seite auch eine große hater gemeinde nach all dem was 2021 passiert ist und ja 2021 konnte man über viele sachen diskutieren und auch ob im zweikampf immer fair war und so weiter kann man alles darüber diskutieren aber wir bewerten status quo und da gibt es finde ich nichts zu kritisieren aktuell bei max fast dappen also aber was mich auch interessieren würde ist wo er denn bei uns wir haben ja ihr kennt das sicherlich motorsportmagazin.com fahrer ranking das heißt wir redakteure flo steini und meine wenigkeit wir geben noten für jeden fahrer für das gesamte wochenende ihr gebt auch noten bei uns auf der website stimmt ihr da immer ab und dann gibt es die gesamtwertung wo liegt max fast dappen denn in der saison 2023 da dreimal darfst du raten auf der eins natürlich auf platz eins und das trotz der ganzen hater die ja doch manchmal viele sechser noch hinten reindrücken 1,44 ist seine durchschnittswertung in dieser saison bisher und damit ist er knapp auf platz eins wer auf platz zwei liegt ich glaube dazu werden wir später noch mal kommen davor kommen wir aber mal auf einen anderen vielfachen weltmeister nämlich louis hamilton das ist vorweg genommen nicht platz zwei ranking aber er ist der am zweithöchsten werteste fahrer in der formel 1 wertung also im neuen formel 1 game mit einer 92 bei ihm erfahrung natürlich ausschlaggebend mit 97 rennkunst 94 aufmerksamkeit 94 und tempo 90 sehr ausgeglichen insgesamt ja sehr ausgeglichen und ich finde das spielt auch ein bisschen was wieder was man bei hamilton immer noch sieht ja natürlich mit der erfahrung hat er eigentlich sehr viel sich aufbauen können das was er vielleicht am anfang seiner karriere noch ein bisschen zu ungestimmt war hat im moment vollkommen ausgeglichen ich meine ist einer der fährsten fahrer am grid eigentlich macht sehr selten fehler ok in dieser saison war er vielleicht nicht mal ganz so überragend von der base her verglichen mit dem teamkollegen aber auch da ein russell ist ein topfahrer und der ist doch im moment noch einen halben schritt hinter ihm vor allem in den letzten rennen hat da hamilton doch noch die nase vorne gehabt also finde ich eigentlich vollkommen verdient da kann ich nicht groß diskutieren über diese benotungen mir geht es tatsächlich sehr ähnlich ich weiß da draußen gibt es auch wieder viele hater richtung louis hamilton aber und vor allem die fairness die du vorhin genannt hast also ich glaube darüber kann man nicht diskutieren wenn man sich die zweikämpfe von ihm anschaut riesen blitz sauber ich hatte tatsächlich zwischenzeitlich mal ein bisschen bedenken was seine pace angeht ich habe wir haben in der redaktion öfter mal darüber gesprochen ich habe das erste mal in seiner karriere irgendwie so den den anflug einer pace krise erkannt oder erkennen wollen dann kam das update und er hat mich eines besseren belehrt mehrfach jetzt schon also monaco war top barcelona war top und jetzt montreal auch wieder also ich nehme alles zurück was ich jemals dagegen gesagt hätte man muss zu deiner verteidigung sagen dazwischen war auch diese dreiwöchige eigentlich frühlingspause oder vier wochen sogar vierwöchige wenn ich nicht gut bekommen nein ich glaube da hatten wir zu viel zeit zum diskutieren und diese rennen bis dahin einzuordnen nur dass uns dann die fahrer eines komplett anderen belehren konnten in dem fall louis hamilton ich glaube müssen wir nicht weiter diskutieren und ist im ranking auf dem dritten platz wenig überraschend 2,08 allerdings seine note vermutlich doch weil der eine oder andere ausreißer am anfang der saison dabei war aber allgemein kann man nach diskutieren immer noch einer der besten fahrer definitiv und das gilt auch für den nächsten den wir noch haben denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt jetzt schon wir machen jetzt am anfang mal die ganzen weltmeister und da dürfen wir natürlich einen nicht vergessen fernando alonso in formel 1 game genauso gut bewertet wie louis hamilton mit einer 92 erfahrung auch bei ihm ausschlaggebend hat auch nur eine 97 jetzt nur weil hamilton die gleiche note hat obwohl alonso da doch schon viel länger dabei ist aber tatsächlich da ist die website falsch von ea an der stelle ich habe nämlich im kopf dass ich 99 gesehen habe bei fernando alonso habe ich noch auswendig im kopf unser video mann hat direkt der in der zwischenzeit kurz nach dann diskutieren wir weiter okay da zumindest was die erfahrung angeht das kann die anderen werte durch das kann gut sein also wenn kunst 94 aufmerksamkeit 94 und tempo 90 habe ich da stehen sind damit dieselben wörter wie bei hamilton also ich habe da echt einen zweifel ob da nicht ein kleiner fehler reingerutscht ist ich glaube da wird unser medium man wahrscheinlich unten noch nicht verbessern falls da was das falsch ist was aber unser msm ranking genau das ist definitiv richtig da ist kein fehler dort ist er auf platz 2 mit einer note von 1,51 also haarscharf hinter verstappen und das obwohl er in dem jahr glaube ich schon mehr siege im ranking hatte als verstappen aber diskutieren wir zuerst mal über alonso an sich kannst du dem irgendwas hinzufügen ich krieg gerade aufs ohr wir haben die die werte gerade gefunkt bekommen wir haben 92 als gesamtwertung 99 erfahrung habe ich auswendig richtig im kopf 91 bei was ist die zweite herrenkunst 78 bei aufmerksamkeit und tempo 93 aufmerksamkeit nur 78 ok es waren ein paar zwischenfälle mit dem eigenen teamkollegen in der letzten saison das stimmt und eine auch mit dem jetzigen teamkollegen also vielleicht ist das da reingeflossen aber ansonsten finde ich ist 78 doch sehr schwach bewertet für das ich sag mal so er ist letztes jahr natürlich auch woanders gefahren viele mittelfeld und im mittelfeld passiert generell einfach mehr da tust du dich schwer also komplett sauber in einen abzuliefern ich glaube das kommt ein bisschen daher jetzt wo er weiter vorne ist ist das auch blitz sauber lässt sich eigentlich nichts zu schulden kommen nichts zu schulden kommen deswegen finde ich das aktuell ein bisschen niedrig insgesamt kann ich mit seiner wertung sehr gut leben ja ich eigentlich auch also ich finde auf einem niveau mit hamilton das passt im moment ganz gut zu dem was er abliefert und auch zu dem wie er fährt und ja die zwischenfälle im letzten jahr waren teilweise auch ein bisschen schlitzohrige sachen dabei wie in miami wo er mal abgekürzt hat ja das war das fließt dann alles da rein vermute ich mal das kann man jetzt positiv oder negativ sehen dieses schlitzohrmanöver schlitzohrmanöver ist wunderbar ist ein schönes wort dafür finde ich aber ja also jetzt meine ich jetzt haben wir die drei weltmeister durch und da ist keiner dabei wo man sagt man fragt sich heute wieso der weltmeister ist oder er wird heute nicht mehr schaffen also das ist schon echt cool vor allem auch bei den altmeistern bei hamilton und bei alonso vor allem bei alonso ist es ja doch schon ein paar jährchen zurück und trotzdem sagt man der ist immer noch komplett da immer noch ein würdiger weltmeister wenn der heute weltmeister würde komplett würdig also ja also man kann echt nicht das diskutieren vielleicht nicht mal ganz auf seinem piek aber der ist auch so weit oben da ist kann man das ist das einzige was man sagen kann wobei man da auch sagen muss der vergleich mit norris ist immer ein bisschen der vergleich mit stroke ist immer ein bisschen schwierig letztes jahr mit okon hat man es gesehen dass er nicht mehr ganz überragend war aber trotzdem noch einer der besten fahrer am würde ich mal behaupten dann verlassen wir die champions oder champions sind viel zu langweilig für uns gehen wir zu den zukünftigen champions ganz genau nämlich zuerst mal zu charles leclerc wer hat eigentlich die einordnung gemacht für mich interessiert wer hat sich ausgesucht bei uns das sind die zukünftigen champions man muss sagen das geschah tatsächlich schon vor dem printout ich in dem fall da haben stefan steini und ist und ich muss mal zusammengesetzten gesagt ja wie sortieren wir die fahrer ein und haben wir mal die zu schauen ob ich mit eurer auswahl einmal schauen ob die zukunft uns recht gibt und die fahrer tatsächlich champions werden aber zuerst mal leclerc den haben wir da aufteilen f1 wertung ehemalige zukünftige champion kann man inzwischen fast schon sagen in den aktuellsten ereignissen gibt es ja doch immer mehr zweifel früher hat denn jeder gesagt das ist ein zukünftiger das ist jetzt vielleicht schon ein ehemaliger zukünftiger champion die nachdem ein ehemaliger zukünftiger champion wir lassen ihn doch noch mal ja einen zukünftigen champion sein f1 wertung 89 erfahrung 77 sein schwächster punkt dann rennkunst 92 aufmerksamkeit 85 und tempo 90 was hältst du davon tempo würde ich nach oben schrauben das war ein qualifying ist der eine maschine wenn das zu bringt aber nein das ist schon wirklich beeindruckend dann was haben wir noch für wertungen aufmerksamkeit 85 wenn man das mit alonso vergleicht da würde ich bei leclerc eher ein bisschen drunter ansetzen weil es passieren schon viele fehler dann kommt aber der faktor ferrari ihr habt ich glaube du und marco ich weiß nicht auf jeden fall auf diesem kanal motorsportmagazin talk kanal wurde schon darüber diskutiert marco und stefan darüber diskutiert ich glaube stefan ich könnte mich nicht daran dass ich da dabei war marco und stefan darüber diskutiert was ferrari mit den fahrern anstellt wieso es einfach bei den ferrari fahrern nie klappt auch historisch jetzt nicht nur bei leclerc und science und den faktor sehe ich halt dann schon bei leclerc dass ferrari den leclerc auch schlechter aussehen lässt aktuell als es ist also tatsächlich ist deswegen bin ich nach wie vor der meinung er ist ein zukünftiger weltmeister er braucht das richtige umfeld wie jeder andere rennfahrer auch um gut zu sein aber es sind natürlich jetzt schon ganz 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 entscheidende jahre für ihn ob es bleibt dieser zukünftige weltmeister ich habe das ja gerade ein bisschen ironisch mit eingeworfen ehemaliger zukünftiger weltmeister aber ich finde das sind jetzt schon entscheidende jahre aber auch trotz fehlern und auch wenn das umfeld mal nicht so ganz toll ist weiterhin am drücker bleibt und die fehlerquote ein bisschen runter senken kann oder ob es jetzt da eine andere richtung geht also ich sehe den gerade so am scheiteweg aber insgesamt immer noch einen sensationellen sensationell guten fahrer und zukünftiger champion kann ich komplett mit leben ja so qualifern ist glaube ich müssen wir gar nicht darüber reden ich finde sogar der beste am guten moment weil fast haben hat es ein bisschen leichter als ich würde sagen qualifern kann fast haben schlagen auch im gleichen auto aber die fehler ja kommen nicht von ungefähr und vor allem ich würde da nicht nur den ferrari faktor aussteigen denn ferrari ist nicht schuld wenn das in aserbaidschan in die wand setzt das ist dann sein eigener fehler ferrari ist auch nicht schuld wenn ein kanada in q2 ausscheidet entgegen vieler meinungen da draußen aber man muss auch sagen das hat er sich selber verbockt indem er sich in der letzten kurve am entscheidenden run verbremst hat also das sind so viele kleine fehler wo man sagen muss von einem verstappen würde ich würde man das nicht sehen oder hat sieht man ja aber da kommt für mich das ferrari konstrukt wieder rein weil er ja weil er ein bisschen schon konsterniert ist dass bei ferrari das nicht so vorwärts geht man hört nicht auf ihn wenn er die reifen will und dass ihm dann halt noch so ein fehler unterläuft das ist so das passt in dieses gesamtkonstrukt lecler ferrari finde ich ja aber ich finde man muss als fahrer da trotzdem drüberstehen und in der lage sein eine leistung abzuliefern denn ja man kann auch behaupten jetzt und hat einen guten punkt damit wenn man sagt ja okay verstappen muss ich nicht so anstrengen mit dem auto und dann muss er nicht 110 prozent geben sondern muss das einfach seine 100 prozent umsetzen und lecler vielleicht doch manchmal noch mal diesen einen stritt weitergehen muss um in qualifang so stark zu sein natürlich auch ein gutes argument aber trotzdem finde ich solche fehler dann muss er auch mal in der lage sein sich selber ein bisschen zurückzuschrauben da würde ich nicht nur ferrari jetzt in kritik nehmen also du würdest also wenn ich das so rauslese bislang waren wir uns immer einig bei lecler ganz leicht auseinander du ein bisschen tiefer ich ein bisschen höher ja das würde ich gespannt was du da schreibst ich verrate es noch nicht aber ich bin mal gespannt was ihr da so geschrieben habt aber ich glaube lecler war nicht mein aufgabengebiet wenn ich es richtig im kopf habe hat steini dann gemacht aber ja wen haben wir noch auf dem zettel was wir noch dazu sagen müssen im msm ranking ist auch nicht so gut aber die fehler die kosten genau neunter platz und eine 2,75 als durchschnittsnote bisher kommen wir zum nächsten fahrer würde ich sagen george russell knapp unter lecler angesiedelt nämlich mit einer 88 erfahrung 76 dann rennkunst 87 aufmerksamkeit 83 und tempo 91 kannst du damit gehen ja also das finde ich auch aufmerksamkeit das war ja der punkt wo russell glaube ich meinte bei seiner eigenen bewertung geht er nicht so ganz d'accord er machte eigentlich nicht so viel mist kanada jüngst wir erinnern uns natürlich auch noch den zwischenfall mit bottas mal das liegt ja ein bisschen schon zurück aber es gab schon ein paar sachen bei ihm deswegen ab und zu passiert war es erst schnell die tatsache dass er fast auf augenhöhe mit louis hamilton fährt sagt schon viel über ihn aus also wie gesagt fast auf augenhöhe ich sehe ihn noch nicht komplett dort aber fast deswegen ist die einordnung zukünftiger champion und ich glaube auch die einordnung davon punkte scorings ganz ordentlich finde ich auch also wenn ich gesagt habe lecler müsste man ein bisschen weiter unten ansiedeln dann würde ich bei russell sagen es passt also das verhältnis zu lecler ist ein bisschen zu schlecht bewertete aufmerksamkeit würde ich mal behaupten aber wenn ich das mal rausrechnen würde ich sagen was das allgemein und es sind ja diese einzelnen fehler da war sehr sehr selten muss man auch sagen und hättest du mich vor zwei monaten mal gefragt ja hemmelton oder russell wäre es im moment besser ich hätte mein geld auf russell gesetzt und ich hätte auch erwartet dass er in dem jahr über die dauer hamilton anschlägt okay hamilton hat uns eines besseren belehrt hat gezeigt dass er doch noch aus guten gründen siebenfacher champion ist also kann ich vollkommen mitgehen auch das msm ranking ist fair finde ich platz vier also knapp hinterher melden mit einer note von 2,50 im durchschnitt was es aber sagt mercedes hat diesbezüglich die beste fahrerpaarung ja sie hat definitiv sie haben definitiv die ausgeglichenste fahrerpaarung ob du das immer haben willst als top team ist eine andere frage aber solange es nicht um die wm geht will ich es auf jeden fall haben wenn es dann um die wm geht dann das ist wieder ein anderes thema ich würde sagen die diskussion führen wir ein anderes mal damit dieses video nicht drei stunden lang wird nächster zukünftiger champion du kannst dir wahrscheinlich denken wer jetzt kommt landon norris wenn ihr nicht betrunken wart als ihr diese einteilung gemacht habt korrekt die waren nüchtern zumindest steini auf jeden fall und norris ist besser bewertet tatsächlich als russell mit einer 89 insgesamt erfahrung 76 also auf demselben level verständlicherweise rennkunst 91 aufmerksamkeit 79 und tempo 91 siehst du irgendwelche abweichungen die du nicht so beraten würdest erfahrung zum beispiel ich sehe die haben ich glaube in der gleichen saison sind sie in die formel 1 gekommen ja aber ich sehe dann die größere erfahrung trotzdem bei russell weil der ist auch schon in dem top team fährt der hat beides gesehen hat sich hochgearbeitet jetzt in einem absoluten top team auch so ein bisschen von den junior kategorien her ein bisschen präsentere serien gefahren deswegen würde ich bei der erfahrung glaube ich russell etwas höher einstufen ja ich meine ich muss zugeben als ich mir die noten angeschaut habe habe ich mich auch da kurz gewundert aber ich finde es macht sinn denn okay russell fährt jetzt in dem stärkeren team aber und norris fährt hat seine gesamte karriere schon bei mclaren im kompetitiven mittelfeld und was laut am anfang zwei oder zwei drei her lernen jahre eigentlich nur bei williams wo man sagen kann das bewerte ich jetzt nicht gleich denn da sammelst du nicht dieselben erfahrungen also ich finde guter punkt ich finde diese bewertung deshalb vollkommen in ordnung ich finde auch bei den anderen faktoren ist es okay aufmerksamkeit 79 finde ich ein bisschen schlecht bewertet weil norris macht jetzt echt selten fehler vor allem für was dass er im mittelfeld ist ja du darfst da jetzt die letzten jahre auch nicht so außer acht lassen wir erinnern uns an den abflug ins bar im regen im qualifying da sagt er nach wie vor es war nicht seine schuld und es hätte rot sein müssen da bin ich ein bisschen anderer meinung dann erinnern wir uns an sochi als er hätte gewinnen können also also es waren schon ein paar böcke auch dabei aber 79 kommt mir schon ein bisschen zu niedrig vor ja da gebe ich dir recht er ist nicht fehlerfrei aber vor allem für das mittelfeld und mittelfeld kämpfen da merkt man von ihm nicht viel er zieht seinen rannen durch und hat nicht so viele kleine zwischenfälle vor allem so das finde ich muss man an ihm rausstreichen im msm ranking kommt er trotzdem nicht ganz so gut weg wie die anderen fahrer bis jetzt platz acht mit 2,69 muss man aber allerdings auch dazu sagen da von platz vier ab bis platz 8 19 und so weiter ist es so eng beieinander die fahrer sind fast auf einem level anzusiedeln und man muss auch dazu sagen es ist natürlich schwierig in diesem mclan zu scheinen also da jetzt sich groß hervorzutun mit riesen leistungen damit man auch draußen so wahrgenommen wird das ist natürlich ein bisschen schwieriger ja genau denn es ist natürlich eine spur leichter eine eins zu kriegen wenn man jetzt in einem top auto setzt oder in einem wir versuchen wir versuchen es zumindest bei unserer bewertung rauszunehmen aber wenn das so ein relativ glanzloses wochenende ist dann ist es relativ schwierig da jetzt die noten zu weit nach oben oder nach unten zu treiben und da nicht zu subjektiv zu werden also ich finde muss man auch immer aus der perspektive sehen ansonsten wie gesagt ist das sehr knapp beisammen so jetzt haben wir mal die weltmeister abgehakt die zukünftigen weltmeister nächste kategorie sind dann die fahrer die schon mal einen gewonnen haben also wieder ein bisschen die altmeister sozusagen und wer könnte da besser passen zum einstieg als walter ripottas f1 wertung 87 erfahrung hat er 88 wenn kunst 86 aufmerksamkeit 92 und tempo 86 also ich glaube mit der note ich gehe nicht damit einher wie schaust bei dir aus nein auf keinen fall also für mich walter ripottas eigentlich die enttäuschung der saison er letztes jahr hat er ich will nicht sein glück gehabt dass er zur stelle war wenn es was zu holen gab als der alpha sauber stark war da hat er die punkte geholt das hat er super gemacht da hat er genau das gemacht wofür er eigentlich geholt wurde dann hat das auto nicht mehr ganz so mitgespielt und dann hat man es bei ihm so extrem gemerkt wie er abgefallen ist dass er sich da von guanyu cho teilweise wieder herfahren lässt und das habe ich dieses jahr wieder eins zu eins in ihm so gesehen und deswegen für mich die größte enttäuschung weil er dieses potenzial ja eigentlich hätte und das zeigt auch so wenn du das vergleichst wie gut er als nummer zwei war klar haben sich viele oftmals aufgeregt der himmel und er musste um platz zwei in der fahrer wm rumkämpfen aber peres und verstappen ist es jetzt sehr ähnlich und ein bot das war da finde ich konstant also der hat gezeigt dass das eigentlich kann aber da würde ich sagen wir erst durch das einfach durch ja man hat so das gefühl bei ihm die motivation passt nicht mehr so was auch ein bisschen verständlich ist eigentlich denn wenn irgendwie jahrelang um siegel gefahren bist und okay vielleicht sogar um weltmeistertitel mal ein paar rennen zur saison anfangen wenn man da das gefühl hat dass du kannst jetzt am wochenende gewinnen aufs podium fahren und so weiter da verstehe ich schon dass die motivation nicht mehr ganz so hoch ist wenn es nur darum geht ja schauen einen punkt zu holen vielleicht zwei vielleicht mal im quali fangen q3 zu erreichen das sind so dinge mit mercedes musst du musstest du da gar nicht mehr darüber nachdenken ich verstehe es aber ich verstehe es aber das ist ein top sportler und ja auch das sind menschen aber da trennt sich trotzdem die spreu vom weizen schaut den alonso an der hat auch schon alles erreicht in seiner karriere ist schon weltmeister und der war auch in situationen wie valteri bottas der ist in die mclan gefahren der ein paar rumpen hielt nur und dann wusste er ist sein rennen höchstwahrscheinlich wieder vorbei und trotzdem hat der 110 prozent gegeben und da trennt sich die spreu vom weizen und bottas hat seinen zenith dann schon überschritten und deswegen für mich aktuell auch nicht mehr formel 1 taug ich fast also taug ich schon er kann so ein formel 1 auto steuern und wenn es was zu holen gibt ist er auch einigermaßen da hat er in kanada auch gezeigt aber trotzdem insgesamt finde ich einer der ersten fahrer die ich wahrscheinlich ersetzen würde im aktuellen grid ja also ich würde sagen ersetzen würde ich noch nicht dafür ist er doch noch gut genug aber ich finde vielleicht hat er da selbst mal keinen bock mehr und ich finde die bewertungen auch sind mit fünf bis zehn punkte zu hoch in jedem einzelnen punkt eigentlich außer erfahrung wo liegt er bei uns bei uns liegt er sehr weit hinten muss man sagen platz 17 nur mit einer durchschnittsnote von 3,25 also da finde ich ist er deutlich fairer bewertet als im formel 1 game so und das motorsportmagazin leser sind halt kompetent ob das beim nächsten fahrer auch der fall ist dass er bei uns besser bewertet ist wir werden sehen sergio perez mit einer f1 wertung von 89 sogar also zum vergleich besser als russell beispielsweise erfahrung 91 rennkunst 93 aufmerksamkeit 86 tempo 87 was sagst du dazu finde ich ein schwieriges thema weil die messlatte halt einfach brutal ist und für mich ist er einfach jetzt auch die perfekte nummer zwei den absoluten zu vergleichen ich tue mich schwer was meinst du ja ich finde es auch echt schwieriger notenfasst haben gleich vergleich herzunehmen denn dann hat man das gefühl ja eigentlich muss er viel schlechter bewertet sein aber man muss halt auch sagen was was da mit seinem vorherigen teamkollegen angestellt hat da ist man bei red bull aus gutem grund froh so jemanden zu haben wie perez also man darf nicht zu sehr in die pfanne hauen auch wenn seine leistungen in den letzten wochen indiskutabel sind da muss natürlich was besseres kommen aber wenn wir bei tempo 87 das ist zu hoch finde ich ja wenn ich es mit den anderen fahrern vergleiche finde ich auch eine spur zu hoch rennkunst 93 wieviel hatten wir bei leclerc bei tempo leclerc hatten wir 90 glaube ich warte den zettel habe ich damit richtig ganz hin das ist natürlich ein witz du kannst nicht leclerc tempo 90 und perez tempo 87 das passt nicht ich finde auch rennkunst 93 überbewertet denn das war das ist ein bisschen historisch reifenflüsterer perez ein bisschen historisch vielleicht ja genau dadurch kann ich es erklären aber da die bewertungen ja aus diesem jahr sein sollen kann ich nicht ganz mitsehen historisch muss ich sagen finde ich auch dass man perez hoch anrechnen muss was er mit mittelfeldteams abgeliefert hat dass er in dem racing point ein rennen gewonnen hat und so weiter also da kann ich gar nichts nehmen aber ich zitiere toto wolf an der stelle yesterday's home runs don't win today's matches ganz genau ein sehr gutes start um perez abzurunden und sie gewinnen auch nicht im msm ranking muss man sagen platz 12 im moment nur 2,84 ist da die note finde ich okay ja finde ich ist verdient in allen belangen ja beim nächsten fahrer vorweg genommen da ist das msm ranking eine spur schlechter sogar carlos sainz also jetzt okay sorry zuerst einmal die f1 wertung 88 insgesamt dann 84 erfahrung 92 rennkunst 81 aufmerksamkeit und das tempo liegt bei 87 ich finde da gehe ich ziemlich d'accord mit mit der formel 1 wertung also er zeigt schon dass mit ihm ordentlich zu rechtern ist leclerc spürt vielleicht auch ein bisschen druck von der seite jetzt inzwischen deswegen das kommt wahrscheinlich oder kurbelt diese fehlerquote noch ein bisschen an weil leclerc und das zeigt und auch am ende der letzten saison war er richtig da und hat leclerc dampf gemacht er hat selber gesagt das ist halt ärgerlich dass er dann da war als das auto nicht mehr da war so der umgekehrte bottas aber für mich vielleicht bisschen unterschätzt insgesamt in der formel 1 ja ich finde das immer sehr schwierig bei carlos sainz zu bewerten denn er hat immer gefühlt so jahre oder monate in denen er top performt und dann plötzlich geht es über ein paar monate nicht mehr das hatten wir letztes jahr am anfang plötzlich lief gar nichts mehr und dieses jahr ist er irgendwo dazwischen rennen fände ich also man sieht eindeutig dass er nicht leclerc niveau hat aber er hat dann immer mal wieder sein rennen wo er hervorstechen könnte dieses jahr bisher war halt auch nicht so gut von der fehlerquote her hat er sich sehr viele platze geleistet und leclerc hat ihn in vielen fällen auch gebügelt also ich finde es ist verdient dass er im msm ranking nur auf platz 15 liegt mit einer durchschnittsnote von 3,07 das finde ich hart aber für dieses jahr finde ich es okay wenn man jetzt die letzten jahre in betracht zieht dann wird man sagen ja sainz ist besser und er ist vor allem auch besser als das was er in dem jahr bisher gezeigt hat aber die saison war noch nicht so viel von ihm also wenn ich jetzt mal da aus der perspektive hingehe und sagt letztes jahr vorletztes jahr und so weiter zählt nichts es ist nur dieses jahr die bewertung dann würde ich sagen sind eigentlich hier drei punkte auch oder zwei punkte nämlich rennkunst und temper auch zu hoch angesetzt mein letztes jahr hast du kurz angerissen am anfang war er nicht da das verzeih ich ihm weil es komplett neue regelgeneration war die autos komplett anders zu fahren jetzt kannst du sagen ja gut ein guter fahrer stellt sich schnell darauf ein aber jeder ist da ein bisschen unterschiedlich und wenn er dann ich meine er hat jetzt nicht ewig gebraucht er hat jetzt nicht drei saison gebraucht um wieder irgendwie in fahrt zu kommen sondern eine halbe saison und dann war er einigermaßen da zeigt er ist kein absoluter überflieger überflieger braucht keine zeit das sieht man bei fast hatten immer immer wenn sich die bedingungen ändern so ist er sofort da das ist auch der punkt da sieht man es ja auch wenn es regnet dann macht der seins auch schneller fehler also der überfahrer ist er nicht aber ein stock solider mittelfeld fahrer hat sich auch böse an stock solider mittelfeld fahrer aber wir reden immer noch von der formel 1 von der besten kategorie der welt als stock solider mittelfeld fahrer ist da ja ein sensationeller autofahrer sagen es hört sich böse an weil er nicht im mittelfeld fährt sondern theoretisch bei einem topteam deshalb hört sich noch mal extra böse an aber ich verstehe was du meinst wir reden über die formel 1 und wenn ich da sagt stock solider mittelfeld fahrer dann ist es zehn beste fahrer der welt vielleicht also ja hört sich böse an aber ist nicht so gemeint okay mal schauen wie böse du bei esteban o'conne wirst der ist als nächstes dran in der formel im f1-game hat er eine bewertung von 86 insgesamt schlechtester punkt aufmerksamkeit mit 76 erfahrung hat er 77 rennkunst 92 und tempo 86 ist ein bisschen unausgewogen die wertung findest du ich kann damit leben um ehrlich zu sein die 92 sind wir vielleicht ein bisschen zu hoch zu anderen vielleicht ein bisschen zu niedrig stimmt unausgewogen stimme schon ein bisschen näher zusammen die sachen aber sonst kann ich gut mit leben du ja da gebe ich auch noch einen satz dazu ab bin ich genau deiner meinung aufmerksamkeit wenn ich 76 hat er sich nicht verdient so viele fehler macht er eigentlich nicht auch wenn ab zu was passiert und rennkunst 92 finde ich auch überzogen weil für mich ist zumindest habe ich das aus den fußballspielen so in erinnerung alles über 90 ist weltklasse und da finde ich ist ja nicht unbedingt weltklasse in dem punkt ich meine aufmerksamkeit wenn es irgendwelche reibereien gibt es halt schon auch immer mit dabei auch mit den teamkollegen und so weiter also irgendwie ist er dann schon immer mit am start ja aber er ist halt am ende der fahrer wenn man seine statistiken anschaut er bringt doch solide seine punkte nach hause das weiß auch fernando alonso inzwischen also ja doch ganz genau und wenn er in einem guten auto sitzt was in der vergangenheit in den letzten sezons nicht immer der fall war bringt auch der gas liebt seine punkte gerne nach hause das haben wir nicht nur strafpunkte ja nicht nur die natürlich auch aber nicht nur die im f1 gehen bringt dir das eine wertung von 85 ein erfahrung 78 rennkunst 89 aufmerksamkeit 87 und tempo 85 gehst du da d'accord damit ich muss noch mal ganz kurz das ging das ging mir zu schnell so schnell konnte ich nicht denken aufmerksamkeit muss er weniger haben also kon zum beispiel weil wenn einer nah dran ist sich diese rennsperre zu holen für zwölf strafpunkte dann ist das eher so unter das limit von von der aufmerksamkeit her auch wenn er dann wieder sagt ja die strafpunkte war unverdient und was auch immer irgendwie schafft das schon immer und er hat ja auch glück dass er für australien x bekommen hat also da würde ich ihn runter stufen gas lie ist für mich irgendwie ein phantom der hatte rennen im alpha tauri wo ich gesagt wow und so schade dass es bei red bull nicht gebracht hat und dann waren halt da auch wieder rennwochenenden dabei und auch jetzt wieder bei alpin sowohl auf die eine seite richtig nach oben als auch auf die andere seite also werde ich nicht schlau daraus ja ich finde auch hat viele so rennwochenenden wo er irgendwo unauffällig ist vor allem jetzt bei alpin ist im moment klar dass ocon der erste fahrer ist im team und gasly nur selten da was wirklich gutes abliefern kann aber dann sind halt wieder diese wochenenden dabei australien bestes beispiel plötzlich ist er dem rennen auf platz vier fünf unterwegs aber halt insgesamt finde ich ist die wertung durchaus verdient der rennkunst 89 ich finde das ist auch wie gesagt auch wie bei ocon ein bisschen zu hoch angesetzt erfahrung passt eigentlich ich finde ansonsten gehen die wertungen in ordnung tempo hat er aber er müsste halt da mal mehr zeigen und er ist auch so ein fahrer der sich seinen mittelfeldplatz verdient aber mehr sehe ich bei ihm nicht und mehr sind auch und hat er auch schon bei red bull gezeigt mehr sind auch unsere user im msm ranking nicht und wir auch wir sind ja auch dabei nämlich 2,9 seine durchschnittsnote platz 13 vielleicht da den seins vor ihm sehe aber ja aber man muss immer sagen ist natürlich diese saison ja in der saison finde ich es okay bisher kommen wir zum nächsten kein grand prix sieger nicht einmal ein podiumsfahrer nico hülkenberg nämlich f1 wertung 80 erfahrung hat er 86 rennkunst 79 aufmerksamkeit 81 und tempo 80 da ich weiß dass kevin magnussen quasi auch bald kommt und ich seine wertung auch angeschaut habe habe ich mir gedacht damit gehe ich nicht ganz d'accord also hülken hat er relativ schlecht abgeschnitten in diesem scoreboard von ea da sehe ich ihn schon stärker jetzt kann man sagen jetzt haben wir die deutsche brille drauf das dürfen wir uns auch beim ranking gerne und oft anhören aber ich finde da hat er was besseres verdient du bist kein deutscher das heißt du hast keine deutsche brille auf was sagst du ich habe keine brille auf im moment und ich will jetzt nicht magnussen vorweg nehmen aber ich finde im vergleich zu ihm sollte er deutlich besser doch einfach gleich mal rein magnussen insgesamt mit einer wertung von 81 also ein pünktchen besser ein punkt besser erfahrung 81 also fünf punkte darunter rennkunst 79 aufmerksamkeit 85 tempo 82 also aufmerksamkeit und tempo also machen wir jetzt einfach mal die haas fahrer gemeinsam wenn ich aufmerksamkeit und tempo müsste magnussen meilenweit weiter unten sein vor allem aufmerksamkeit tempo in dem ja auch also ich kann es nicht nachvollziehen ich kann es mir nur so erklären dass man gedacht hat okay hülkenberg kommt erst gerade wieder zurück in die formel 1 und da irgendwie seine noten nach ich sag mal prophylaktisch nach unten korrigiert hat ansonsten kann ich mir nicht erklären wie man zu der einschätzung kommt sagt der schweizer der eigentlich italiener ist sich aber als österreicher fühlt also definitiv keine deutsche brille drauf hat aber ich bin da komplett bei dir also vor allem aufmerksamkeit da lässt sich hülken lässt sich wenig zu schulden kommen da finde ich also magnussen der kollege der bei jeder gelegenheit versucht sein frontflügel loszuwerden in den ersten runden des rennens ja magnussen finde ich ist immer der effekt sehr erstaunlich wenn der den helm aufsetzt habe ich immer das gefühl dann macht das hirn aus und er denkt einfach nur irgendwie instinkten und der instinkt ist dann überholmanöver probieren darfst gas gehen und so weiter und das geht halt nicht immer gut also sehen auch die user so die geben magnus nur eine 3,42 im durchschnitt beziehungsweise user und wir muss ich sagen das ist ja das ins gesamte ranking und auf platz 18 ist er dort angesiedelt hülkenberg platz 11 mit 2,81 bin ich in dem fall ein bisschen unterbewertet aber man muss auch dazu sagen in dem hast ist es sehr schwer zu glänzen ja und vor allem schaut er oftmals halt auch blöd aus weil es dann so im rennen so weit nach hinten geht also der hat eine super qualifikation dann schmiert er im rennen ab weil die reifen abschmieren an diesem haas und das sieht natürlich blöd aus ist natürlich dann auch schwer zu bewerten weil wenn beiden fahrer beiden haas fahrern die reifen abschmieren kann man sagen es liegt nur im auto dann kann man sagen okay der magnus ist vielleicht kein richtiger maßstab es ist natürlich echt schwer das zu beurteilen aber insgesamt finde ich hülken so irgendwo um rang 10 im gesamten formel 1 fahrerfeld sehe ich komplett realistisch an und magnussen auf platz 18 sehe ich auch als realistisch an also deutlich realistischer diese wertung als die ea wertung ja genau und wir haben jetzt gerade über eine wertung richtig gemotzt ich bin gespannt was bei der nächsten passiert land stroll darf es nicht besser aussehen denn der hat eine f1 wertung von 84 und das erfahrung 79 rennkunst 91 aufmerksamkeit 78 tempo 81 rennkunst 91 rennkunst 91 und insgesamt 84 also 44 punkte besser als hülkenberg und drei besser als magnussen ja er hat aber auch schon mehr podien geholt als nico hülkenberg das meine ich jetzt nicht mit einem scherz und nicht böse gegenüber nico aber egal was man über landstroy sagt er hat halt schon auch mal was erreicht auch in seiner karriere also er ist halt genau der fahrer der nicht nerven zeigt am ende des tages wenn er wenn plötzlich da irgendwie punkte oder podien zu holen sind dann haut das nicht in die wand oder erfährt es halt einfach zu ende über alles andere müssen wir mal sagen wenn er seine allgemeine performance ist natürlich nicht so dolle ich glaube da sind wir uns einig so weit hinter alonso sollte man doch auch nicht liegen und auch gegen perez hat er keine chance gegen vettel hat er keine chance auch gegen massa nicht okay aber das war anfang seiner karriere das streichen wir mal komplett raus also wenn man in seiner karriere nur sergay sirotkin geschlagen hat und das auch nicht so eindeutig dann weiß ich nicht ob das von formel 1 niveau überzeugt ich glaube jeder weiß dass da der finanzielle aspekt doch sehr viel ausmacht bei dem punkt dass er überhaupt noch in der formel 1 ist beziehungsweise das als jemals war wir haben sehr sehr ausführlich über landstroy in einem extra video gesprochen auch auf diesem kanal hier wo wir darüber gesprochen haben ist er noch tragbar für ein top team was aston martin ja ist da habe ich gesagt nein ist er nicht für mich für ein top team aber für die formel 1 okay also so im hinteren mittelfeld würde ich ihn einfach auch ansiedeln und wie gesagt er hat schon podien eingefahren und so ein bisschen der aufmacher dieser ganzen geschichte war ja eine aussage von pascal bärlein ehemaliger formel 1 fahrer aktuell führender in der formel e weltmeisterschaft der gesagt hat das fahrerniveau in der formel e ist viel höher als in der formel 1 und ich weiß nicht ob viel höher aber ist höher als in der formel 1 weil in der formel e gibt es keine pay driver und in der formel 1 schon ich weiß nicht ob das fahrerniveau in der formel e jemals höher war als in der formel 1 ich will jetzt auch die formel e nicht bashen oder so ich sage nur dass das formel 1 fahrerniveau immer hoch war aber ja es gab in der formel 1 eine zeit wo es mehrere pay driver gab in der zeit war auch pascal bärlein der formel 1 und die formel 1 hat sich seitdem aber stark verändert die ist finanziell viel stärker aufgestellt und pay driver so in diesem klassischen sinne gibt es nicht mehr jetzt haben wir halt noch ein stroll als überbleibsel vielleicht der sich aber inzwischen für mich seine sporen verdient hat und auch einen platz in der formel 1 verdient deswegen nur um diesen aufhänger und diesen bogen mal zu schlagen nein er gehört nicht in ein top team ja er hat seine daseinsberechtigung in der formel 1 nein die wertung von e hat er nicht verdient da ist er zu gut weggekommen ja da unterschreibe ich vollkommen ich finde zehn punkte tiefer würde ihm auch nicht schaden ich weiß aber auch nicht ob er sich langfristig so seinen formel 1 platz verliehen hätte also laut bin ich nicht ganz deiner meinung ich will jetzt aber nicht zu tief darauf eingehen denn ansonsten sitzen wir noch mehrere stunden da und wer das noch mal im detail hören will kann sich gerne noch das andere video anschauen gehen wir mal einen schritt weiter zu alex elbond finde ich sehr interessant zu bewerten er ist fast so gut bewertet wie scroll sogar mit 83 erfahrung auch auf 83 rennkunst 79 aufmerksamkeit 81 und tempo 80 was sagen wir dazu also ich wenn ich mal anfangen darf sagen die wertung ist mir auch ein ticken zu hoch 83 denn elbond muss man sagen hatte in den letzten jahren nicht wirklich messlatten mit sergeant und auch nicht mit latifi und vorher als er mal eine richtig hohe messlatte hatte mit verstappen da hat er keine chance ich finde gleichzeitig auch macht er noch seinen gewissen fehler es ist halt relativ einfach neben jemandem wie sergeant und in so einem auto wie den williams der auf manchen strecken dann wieder gut funktioniert aufgrund der strecken charakteristik da irgendwo noch zu glänzen und besser wegzukommen als man eigentlich ist da bin ich komplett bei dir und es ist extrem schwer den jetzt irgendwie zu beurteilen ich also weil er hat einfach kein maßstab da ist sergeant ist eine riesengroße unbekannte für uns in der formel 1 mit dem sprech war er auch noch aber ganz schwer zu beurteilen ich würde ihn aber albon ich meine er hat schon echt tolle rennen auch gezeigt da darf man jetzt auch nichts wegnehmen montreal zum beispiel wirklich ein tolles rennen das ganze wochenende war super auch aus australien letztes jahr zum beispiel ich würde ihn ungefähr wahrscheinlich so hülkenberg mäßig einstufen aktuell also ich hätte gesagt einen kleinen ticken darunter weil hülkenberg und magnussen ja haben in der formel 1 schon ihre großen tage gehabt und schon da wirklich bewiesen was sie können bei albon bin ich mir da immer unsicher magnussen hatte schon große tage einen großen tag sein erstes rennen aber hat er auch mal eine pole position und letztes jahr war da war dann nicht schlecht aber den hatten wir ja schon ein anderer der vielleicht nochmals eine große tage haben wird yuki tsumura auch finde ich sehr interessant zu bewerten insgesamt ein rating von 83 dadurch da kommen 69 von der erfahrung 79 racecraft 75 awareness also aufmerksamkeit und 87 bei der pace ja was halten wir davon ich meine awareness wird interessant jetzt kommen wir gleich wieder österreich da die boxen einfach ist ja sein endgänger wie war das letztes jahr oder vorletztes jahr also da glaube vorletztes jahr aber ich kann mich irgendwie das ganze viele das ganze rennwochenende immer über den strich gefahren ist und danach festgestellt hat dass man sie ja nicht darf eigentlich der schaut ein bisschen unglücklich aus in diesem jahr einerseits weil das auto schlecht ist andererseits weil er schon so oft auf p11 gelandet ist aber eigentlich ordentliche leistungen abgeliefert hat spanien hat er mir leid getan ich finde die strafe war nicht unbedingt nötig die er bekommen hat für das verteidigungsmanöver ich meine der überflieger ist ja nicht da sind wir uns glaube ich alle einig dass an der formel 1 mitfahren kann zeigt er er setzt sich vielleicht von der reinen pace her jetzt auch nicht genügend ab von de fris also also ich finde de fris macht schwierig zu bewerten weil ich weiß nicht die frise hat wir werden später noch hin auf ihn zurückgekommen das auch so eine gespaltene hat so eine gespaltene meinung um sich herum viel einige halten sehr viel von ihm andere nicht so und ich finde bei zu nur er hat sich vor allem in dem jahr doch sehr hervorgetan bei den punkten wo man immer ein frage sachen bei ihm hatte zum beispiel hat er in der vergangenheit viele unfälle viele kleine fehler und so dinge die dann seinem resümee geschadet haben in dem jahr hat er das fast vollkommen ausstellen können okay er hatte kleinere unfälle aserbaidschan erinnere ich mich zum beispiel aber allgemein war das nicht mehr als solide saison von ihm wo eigentlich echt schade ist dass er im alpha taurie sitzt und da wirklich nicht mehr als ab und zu mal den sehnten platz mitnehmen kann also was punktemäßig nicht viel drin ist ansonsten finde ich kann man denn dieses jahr nach viel vorwerfen ich finde wenn man nur dieses jahr hernimmt ist er kommt dann ticken zu schlecht weg was rennkunst angeht aber wenn ich sage wenn ich die letzten jahre dann auch noch in betracht ziehe muss ich schon sagen naja da kann ich verstehen dass man ihn nicht höher ein gesamtwertung 83 finde ich es eigentlich gut getroffen finde ich es verdient für ihn vor allem in dem in der saison und auch bei uns im ranking schneidet er gut ab platz 6 2,6 das ist überraschend das überrascht mich muss ich sagen man muss dazu sagen er hatte auch eine sehr lange serie und wir in der redaktion im andauernd zweier gegeben haben alle verdient muss man sagen aber jeder redakteur hat irgendwie sich nach jedem wenn er gedacht das war eine 2 und wir sprechen uns nicht ab was noten angeht nein definitiv nicht sonst würden wir nachher noch zu viel schreiten darüber kommen wir zu guanyu chou ist noch nicht so lange dabei also gibt es da vielleicht noch zu viel zu sagen im f1 game kriegt er eine wertung von 78 erfahrung schlechtester punkt natürlich 63 rennkunst 78 aufmerksam aufmerksamkeit 74 tempo 81 insgesamt sind wir bei insgesamt 78 finde ich kommt so schlecht weg also ich fand im letztes jahr schon letztes jahr war das sehr sehr stark unter dem radar weil er halt antizyklisch stark war als der alpha dann nicht mehr zum stande war in die punkte zu fahren war er da am anfang ein bisschen pech gehabt auch mit anti stall zieht sich durch wie so ein roter faden irgendwie durch seine karriere war jetzt zuletzt auch wieder ein problem den würde ich ein bisschen stärker beurteilen um ehrlich zu sein also der hat er auch in den nachwuchs serien immer ganz starken start auch hat nicht lange gebraucht hat sich dann aber nicht gesteigert jetzt finde ich hat einen ordentlichen start und hat sich gesteigert in der formel 1 deswegen ich würde ihm schon über 80 geben ja wenn die auch schon mehrfach betont entweder auf unserer webseite oder sonst mal hier in gesprächen im stream und so weiter was cho für mich eine große überraschung eigentlich ist ich hätte den vor seiner formel 1 karriere auf massiv im niveau eingeschätzt aber er hat einfach gezeigt wie viel man in der formel 1 erreichen kann wenn man hart an sich arbeitet und wenn man halt doch dieses talent das vorhanden ist so ein bisschen ausnützend nicht irgendwie neben der strecke für skandale sorgt auch auf der strecke ein grund solider fahrer ist finde ich hat sich seinen platz in der formel 1 vollkommen verdient inzwischen wo ich am anfang meine zweifel gehabt hätte ein überfahrer wird er wahrscheinlich nie werden aber das ist ein solider fahrer und einen bottas schlägt man auch wenn am leben motiviert ist nicht einfach so also ich finde geht eigentlich alles in ordnung aufmerksamkeit 74 war ich leicht überrascht da hätte ich das hätte ich eher als eine stärke von ihm ausgemacht dass er nicht in unfälle involviert ist hätte dafür vielleicht das tempo ein bisschen weiter nach unten geschaut ansonsten finde ich kann ich mit der wertung eigentlich für mich in barcelona unter anderem oder das heißt unter anderem aber für mich einer der fahrer des tages in barcelona super rennen dort gefahren gefällt mir richtig gut ja und jetzt kommen wir zu den fahrern aber ich bin enttäuscht von dir dass du ihn ungefähr auf marzipien niveau eingeschätzt hat ist vor der formel 1 also da kann man jetzt schon mal an deiner kompetenz zweifeln wenn man sich seine ergebnisse in den nachwuchsserien anschaut da kommt da nie viel besser weg als so ein herr mars aber er ist in saison 1 immer gut gewesen oder immer zumindest ordentlich gewesen das war marzipien nicht unbedingt und er hat diese aussätze nicht gehabt die marzipien hatte das stimmt vollkommen aber von der base her finde ich vor der formel 1 karriere war das nicht abzuschätzen dass er so solide sein würde aber ich würde sagen versteifen wir es nicht so sehr darauf noch kurz so der vollständigkeit halber im ranking platz 14 und eine note von drei das finde ich okay kommt mir fast ein bisschen schlecht vor aber das ist natürlich wenn du einen ausreißer hast und so ja und vor allem auch alfa romeo also schwierig zu beurteilen auch schwierig zu beurteilen sind jetzt alle rookies die wir deshalb wahrscheinlich relativ kurz abhandeln müssen als erstes mal oscar piastri im f1 game bekommt er eine wertung von 74 erfahrung 48 rennkunst 73 tempo aufmerksamkeit 79 und tempo 77 also für mich ich will nicht sagen die überraschung dass er so weil wir haben viel von ihm erwartet ich meine meister in der formel 2 in seinem rookie jahr jetzt eine pause gehabt im jahr gut vorbereitet worden von alpin für mclan aber ich meine da haben wir viel erwartet von ihm und ich würde fast sagen er hat mindestens erfüllt diese hohen erwartungen also gegen landon norris so gut auszusehen so nah dran zu sein performance technisch sich nie wirklich abhängen lassen finde ich richtig stark quasi keine fehler gut jetzt haben wir montreal gesehen da gab es dann mal ein fehler aber sonst also echt richtig stark deswegen für mich von der wertung her höher und wenn wir diese erfahrungswertung anschauen sargent hat genau gleich viele punkte wie piastri 48 finde ich völlig quatsch klar sie sind beide dieses jahr in die formel 1 gekommen aber piastri wurde perfekt vorbereitet halt auch von alpin in dazwischen also in dieser einen saison und hat dadurch einfach auch schon viel mehr erfahrung deswegen naja sehe ich genauso also die 48 sind irgendwo rausgewürfelt oder jemand hat diese tests irgendwie nicht im hinterkopf gehabt beim schreiben dieser noten denn sargent ist definitiv weniger erfahrung ansonsten finde ich es vollkommen okay also ist alles was wie du gesagt hast in ordnung was da steht die wertung kann ich echt nicht nachvollziehen fünf punkte höher würde ich sagen und zwar bei rennkunst und bei tempo bei beidem eigentlich sehe ich ihn da deutlich stärker hat er auch schon jetzt gezeigt und vor allem als rookie da können wir noch eine steigerung erwarten ich bin mir sicher dass er liefern wird und früher oder später wird er auch dem neues gefährlich werden da bin ich mir ja würde ich mich und in so einer saison oder in so einer formel 1 reinzukommen als rookie mit wenig training keine testfahrten quasi und budget cap auch immer so darfst du ja nichts kaputt machen und alles also ich finde der steckt sich richtig gut richtig gut und wir sehen es an den anderen rookies dass es nicht ganz so einfach ist genau dass er sich richtig gut schlägt sehen wir auch in den noten 2,76 im durchschnitt und platz 10 dann kommen wir zu dem rookie der wahrscheinlich nicht so gut weg kommen wird logan sargent kommt auch im f1 game nicht ganz so gut weg 71 seine note erfahrung wie gesagt 48 dann rennkunst 84 aufmerksamkeit 75 und tempo 67 das habe ich kurz gestockt weil mich rennkunst ein bisschen überrascht ja überrascht mich auch also generell die ganze bewertung von logan sargent wir haben gerade schon über die erfahrung gesprochen sargent sicherlich der schwächste fahrer aktuell in der formel 1 überrascht mich ein ganz klein bisschen muss ich sagen weil er sich in der formel 2 nicht so schlecht angestellt von der pace her finde ich hat schon in seiner rookie saison da ordentliche leistungen gezeigt wundert mich dass er da jetzt doch so große probleme in der formel 1 hat weil er ist schon meilenweit weg von eigenen teamkollegen und album haben wir gesagt wir machen das ordentlich aber der ist jetzt kein verstappen weiß benchmark oder so also deswegen bin ich da schon negativ überrascht insgesamt also ich muss ehrlich sagen ich habe von dem nicht so viel erwartet auch nicht nach der formel 2 denn ich habe das schon länger in der nachwuchskarriere verfolgt und er hatte diese eine richtig gute formel 2 saison davor war in der form 3 drei jahre lang hatte ja anständige saisonen aber nichts überragendes auch teilweise mit gutem material dann besser abgeliefert natürlich mit schlechter material in spur schlechter weil ich hatte bei dem nie das gefühl dass das einer ist für die formel 1 und eine gute formel 2 saison macht das meiner meinung nach nicht ganz wett man sieht es auch jetzt dass eben eine so eine saison wo man sagen muss die hat zehn rennen zehn qualifierings da hast du mal ein paar richtig gute tage drin und plötzlich stehst du besser da als du eigentlich bist vielleicht also ich sehe das ein bisschen bei ihm als faktor und ich glaube auch ohne seine staatsbürgerschaft und den derzeitigen hype in den usa wäre da auch nie reingekommen in das cockpit und ich es würde mich nicht überraschen wenn man bei williams schon langsam darüber nachdenkt ob da nicht vielleicht anderes besser dafür geeignet wäre ich hoffe es ich hoffe man gibt ihm noch ein bisschen zeit um zumindest zu zeigen es ist eine entwicklung da und so ich hoffe dass man ihm da noch ein bisschen zeit gibt aber dann hoffe ich auch dass man keinen latifi hat den man dann jahre mitschleppt und sich wieder das eigene grab schaufelt für das team weil so ein fahrer der zieht das ganze team auch mit runter finanziell bist du eigentlich solltest du eigentlich nicht mehr darauf angewiesen sein auf solche sachen deswegen ja also ich würde ihm noch ein bisschen zeit geben aber nicht mehr viel ich finde diese saison soll er noch kriegen natürlich das wäre unfair irgendeinen fahrer vor allem ein rookie während der saison noch auszutauschen aber irgendwann sollte dann auch das maß erfüllt sein irgendwann muss ja auch eine entscheidung antreffen für nächstes jahr genau du brauchst ja auch einen ersatz und das heißt du wirst im normalfall nicht ganz bis zum ende der saison warten können kannst du nicht aber sagen wir mal 15 bis 20 rennen dann irgendwann sollte die entscheidung fallen im msm ranking kommt da eigentlich genauso schlecht weg letzter platz platz 20 mit einer note von 3,991 dem ist nichts hinzuzufügen einen haben wir noch dann ist das dieser marathon hier beendet dann kriegen wir unsere currywurst nick de vries im f1-game hat er eine bewertung von 71 erfahrung schwächster punkt mit 50 aber muss man sagen besser als die beiden anderen rookies bewertet rennkunst 84 aufmerksamkeit 75 und tempo 67 im übrigen exakt dieselben bewertungen die auch ein salz spart erfahrung dass er da ein bisschen besser bewertet ist akzeptiere ich hatte auch ein paar jährchen in der formel 2 verbracht dann doch noch formel e erfahrung gesammelt weltmeister und nebenher testfahrer bei mercedes letztes jahr hat er für verschiedene teams mehrere formel 1 sessions absolviert also insofern verständlich allerdings dann der sprung zu sorge mit zwei punkten mehr bei der erfahrung auch nicht verständlich aber ja insgesamt und er hatte letztes jahr auch schon rennen gefahren dürfen wir auch nicht vergessen ganz genau dieses tolle rennen monza hätte man beinahe und wenn es beinahe entfallen natürlich das tolle rennen monza neunter platz in einem williams sein bestes formel 1 rennen ja ich wollte es gerade sagen sein einziges war an den punkten gelandet ist bisher und das ehrlich gesagt meiner meiner nach auch das einzige war wirklich überzeugend war es ist irre oder also hast du du wirst du so ins kalte wasser geworfen klar der williams hat dann monza gut funktioniert hast du vorhin auch schon angerissen dass der seine strecken hat monza war halt so eine strecke albon war ja leider krank deswegen haben wir das wahre potenzial nicht gesehen aber der wird ans kalte wasser geworfen und performt und holt sich so seinen formel 1 sitz und dann wird er vorbereitet auf die formel 1 und ist halt dann eher graues mittelmaß bis weiter hinten fahrer fahrerisch ja man muss halt sagen dieses eine rennen hat ihm so viel gebracht da war plötzlich ein hype um ihn als ihn gefühlt einige teams wollten und am ende konnte er sich fast aussuchen bei welchem zugegeben bei welchem nachzügler die man erfahren kann aber er hatte doch plötzlich sein cockpit verdient und jetzt ist eigentlich nichts mehr gekommen ich weiß gar nicht da kann man nicht mehr dazu sagen es ist genau dasselbe wie bei sergeant eigentlich vor allem weil man genau weiß alfa tauri da ist die geduld nicht so nicht so ausgeprägt da könnte es schon relativ schnell sein dass er raus fliegt ich hoffe dass er die saison noch bekommt weil es sehr unfair wäre einen rookie während dem jahr irgendwie auszutauschen aber es würde mich gar nicht wundern wenn wir da nächstes jahr einen anderen fahrer drin sehen vielleicht leim lawson oder so jemand und man muss sagen ranking kommt auch nach sonderlich gut weg über wenig überraschend mit 3,7 ist da auf dem 19 platz also eine position vor sergeant und man muss halt ehrlicherweise sagen auch verdient ja also ist natürlich schwierig mit diesem alfa tauri zu glänzen man sieht es ja auch an yuki tsunoda aber vorhin auch kurz an angerissen viele elfte plätze und steht halt nicht so gut da wie er könnte wahrscheinlich und dann ist noch als rookie da rein schwierige situation ich glaube da ist es um williams besser zu glänzen weil man sieht ja ein album dass es ab und zu mal wirklich mal auch glänzen kann und vor allem wenn du man dann mal vorne bist kannst du dich gut verteidigen das macht auch einen guten eindruck also er hat es schon nicht leicht dann noch der druck den du vom doktor kriegst in so einer situation auch öffentlich bei williams stellt man sich hinter den fahrer er hat es nicht leicht aber er macht halt auch nicht besonders gut sagen wir es so ja ich finde es ist das passt genau wo er steht er macht auch für einen rookie keinen so guten eindruck und vor allem auch für einen rookie der 28 jahre alt ist und so viel erfahrung hat keinen so guten eindruck aber er ist immer noch besser als ein salz ja ich glaube so kann man es belassen und weil wir gerade bei de fries sind und ich habe seine formel 2 vergangenheit schon angerissen wurde er nicht im ersten jahr meister ich glaube es war das dritte jahr ja es war das dritte und immer wieder kommt jetzt wenn wir darüber sprechen filipe drugevic der ersatzfahrer bei aston martin der ist auch im dritten jahr meister geworden in der formel 2 und wenn du im dritten jahr meister wirst du in der formel 2 bist du für mich kein formel 1 als kandidaten ja genau das finde ich auch das allerwichtigste in der formel 2 ist nicht weit vor uns zu landen sondern in der ersten saison weit vor uns zu landen denn ich finde im nachwuchssport ist man immer nur so gut wie in seiner letzten saison es sei denn die war gut dann zählen die anderen jahre auch noch ich finde das ist immer eine gute richtmarke dafür denn um in der formel 1 ganz nach oben zu kommen dann muss die aktuelle phase passen da darf man kein schlechtes jahr haben und dann muss man auch sofort performen können und bei die freeze hatte ich da immer meine zweifel über das sofort kann eben linkser vergangenheit im zweiten jahr musst du in der formel 2 meister werden genau oder zumindest richtig gut vorne mitfahren je nachdem wie der jahrgang ist aber im dritten jahr ist es zu spät und deswegen sehe ich halt auch bei drugevic weil der jetzt immer wieder in den raum geworfen wird nein sehe ich kein formel 1 potenzial um noch einen satz loszuwerden das ist gefühlt auch immer wie bei den formel e champions jemand wird formel e meister und du kannst irgendwie was darauf verwenden dass in den wochen nachher kommen diskussionen warum fährt er nach formel 1 und dann ist nächstes jahr wieder ein anderer meistern plötzlich formel e champion in der regel schon fünf formel 1 saisons gefahren hat aber eigentlich seine formel 1 karriere hinter sich aber das ist alles was anderes ja stoffe würde ich trotzdem gerne wieder sehen an der formel 1 irgendwann mal aber das ist ein thema für ein anderes video jetzt haben wir viel geredet und haben euch hoffentlich auch ein bisschen lust gemacht auf das print magazin da gibt es nicht nur eine bewertung von euch also ihr habt das ein bisschen anders bewertet nicht mit punktesystem und noten sondern ja wir haben gesagt ist er unverzichtbar für die formel 1 und wie gut steht er da ich weiß es nicht mehr im detail weil es ein paar wochen her dass wir das geschrieben haben aber so ungefähr aber es gibt natürlich noch viel mehr da drinnen es gibt chaos kalender club es gibt ein interview mit franz tost abschiedsinterview quasi also jede menge in ausgabe nummer 91 du hast zwar vor ein paar wochen geschrieben aber es ist erst jetzt aus der druckerei gekommen es gab gibt ja auch noch ein paar andere geschichten drin die noch warten mussten wer es noch nicht hat wir würden uns richtig freuen wenn ihr euch das auch mal anschaut aber nicht nur das sondern auch unseren kanal hier abonnieren und die glocke drücken genau denn dieser kanal steht quasi noch ganz am anfang der motorsportmagazin talk kanal ihr kennt wahrscheinlich unseren hauptkanal auf youtube da gibt es news videos da gibt es vlogs aus dem fahrerlager also die kurze leichte kost hier wird ewig lang diskutiert vielleicht seid ihr noch dabei wenn ihr noch dabei seid dann ist es auf jeden fall der richtige kanal für euch ja yeah ja 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 Vielen Dank.